Erste Battle heute Vormittag, äh, Boccia habe ich schon gewonnen gegen Robin. Jetzt hat er mich nochmal zum Elfmeterschießen rausgefordert. Ich soll mal schießen, er will mal bei mir schießen. Ich schicke, sag an, wo du hin schießt. Ähm, unten rechts. Rechts im Winkel? Robin, sagst du nichts vor dem Elfmeterschießen? Ich muss mich konzentrieren. Vorsicht Nico, ich kann nicht wissen. Fenster sind? Auch.